piercing studio wer mit kirchen hallo meine freundin reihan sitzt hier bekommt heute wieviel piercings reihan die ist so lustig sie hat so angst wir haben jetzt zwei jahre gebraucht jetzt sitzt sie hier nicht mit den fingern dran reihan flat helix bekommst du heute freust du dich wir können starten ja alles klar das video möchte haben beide positionen eingezeichnet für den flat helix nicht mit fingerchen reingehen entweder den oberen oder den unteren punkt ist beides der flat helix das ist eine reine geschmackssache welchen möchtest du haben nur nicht mit fingerchen reingehen ich glaube ich nehme den unteren nicht mit fingerchen reingehen macht dir keine gedanken nehme den unteren soll ich den spiegel abnehmen oder willst du den in der hand halten wenn ich da so gucke nee du guckst nicht du auf gar keinen fall guck nicht hin du bist toll und du bist tapfer du schaffst das du darfst jetzt nicht mal bewegen wir fixieren jetzt erstmal den punkt mach dir keine gedanken ja ist schon drin ne mein herz mach dir keine gedanken hündchen ist fixiert das wird toll das sieht gut aus die stelle ist auch sehr schön reihan flat helix ist auch ein sehr seltenes piercen das wird gar nicht so oft gestochen obwohl es sehr schön das tut aber weh nein macht dir jetzt aber auch ein bisschen spaß oder nein so wir machen glitzer steinchen feste dann bringen das in die richtige position voll schön sieht das aus hast du schon ja alles fertig sehr gut guck mal wie eiskalt ich bin und der flat helix dann können wir mal eben kurz zeigen da ist einmal der flat helix da haben wir ihn jetzt hinter mir sehr gut du bist tapfer klasse kannst du stolz auf dich sein willst du direkt weitermachen ja 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 ja